Der Affenstil ist der härteste Kampfstil des chinesischen Kung Fu. Er erfordert die absolute Einheit von Körper und Geist. Wer ihn vollkommen beherrscht, ist so gut wie unbesiegbar. Untertitelung des ZDF, 2020 Der Affenstil ist der härteste Kampfstil des chinesischen Kung Fu. Der Affenstil 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 des chinesischen Kung Fu. Untertitelung des ZDF, 2020